So? Wie mache ich denn das immer? Okay, wie mache ich das immer? Ich lasse das Spiel erstmal abstürzen. Das ist eine brillante Idee. Leute, das Spiel ist jetzt gerade abgestürzt. Deswegen müsst ihr jetzt auch reintäuschen bei euch im Blackstream sein. Was jetzt extra nicht rausgesehen wurde. Hey meine lieben Freunde da draußen, Willkommen zu einer neuen Folge YouTubers Live. Ja, es gab ein neues Update. Also übrigens, ich hatte auf der Moment, ich schau kurz nach. Ich hatte immer gespielt auf der Version 0.7.9 Und jetzt hatte ich heute mal kurz nachgeguckt. Und was passiert? Version 0.7.11 ist draußen. Ja gut. Denk ich mir nichts dabei. Direkt geupdatet über Steam. Ja. Was kommt raus? Ich klicke auf fortsetzen. Okay, jetzt geht es natürlich nicht, weil ich gerade eben schon einen Anlauf hatte, aber der hat meinen Ton nicht aufgenommen. Und jetzt muss ich es nochmal probieren. Äh. Bitte was? Okay. Er lädt jetzt irgendetwas. Keine Ahnung, was er jetzt gerade lädt. Der gab es letzte nun gerade. Äh. Ja. Neue Person ist draußen. Ich habe sie noch gar nicht angezockt. Okay. Jetzt bin ich hier wieder in meinem falschen Account. Falschem. Tja. Wir stellen ein neues Spiel, weil unser Alter ist nicht mehr da. Ich schätze mal, die Gehandlung ist immer noch gleich. Was ich aber cool finde, ist, dass hier neue Sahnen draußen sind. Ich werde jetzt so ein paar Einstellungen treffen, die ich jetzt selber so gerade eben mal geguckt habe. Damit ihr euch jetzt nicht natürlich langweilen müsst. Also so würde ich jetzt meinen Charakter nehmen. Ich finde einfach es so steig mit dieser Sonnenbrille hier. Und, äh, ja, wir können ja immerhin, ähm, noch das T-Shirt und sonstiges ja ändern. Und ich finde das einfach so geil, dass die da jetzt ihre eigene Werbung reingetan haben. Weil es sieht einfach wirklich richtig geil aus. Gerade eben hat sich übrigens das Game hier aufgehangen. Äh. Oh, man kann ja auf Tutorial übers Spring klicken. Oh. Okay. Äh. Ja. Ich mache einfach mal das Standard, was ich bisher immer gemacht habe. Erstmal ein Gameplay aufgenommen. So. Äh. Äh. Wie mache ich denn das immer? Ich lasse das Spiel erstmal abstürzen. Das ist eine brillante Idee. Okay. Leute, das Spiel ist gerade abgestürzt. Deswegen müsste jetzt auch reintäuscht bei eurem Blackstream sein. Was jetzt extra nicht rausgesehen wurde. Hier ist ein flossable und auch eine runde. Ähm, dann bin ich ja in Schauen. Ja. Oh, was die greed. So Leute, das sind wir wieder, ist, ups, äh, was wird, ja, bei mir ist gerade das Spiel abgestürzt, mal wieder, wie immer, wie in der letzten Folge, und ich hab schon Freunde, hey, vor allem, er sagt immer, er wär neu in die Stadt eingezogen und hätte nicht so viel vor, okay, es hat sich selber geregelt, und ja, wir nehmen direkt hier so ein Gameplay Video auf, wie bei Empire Planted, Standardsachen direkt mal auswählen, niedrige Auflösung, kein Filter fürs Mikro, also kein Popschutz, und fortsetzen, weiter, ich lass das jetzt vom Norm, vom Norm, Asuka, äh, vom Namen alles her gleich, weil es sonst überflüssig ist, Oh, die haben hier, äh, was musste ich denn hier nehmen? Ich hätte doch eher lieber Dingens nehmen sollen, ein, also das Tutorial machen sollen, weil irgendwie bereue ich es gerade, der Interesse, ach, scheiße, das hat sich wirklich richtig geändert, also wer jetzt die erste Folge gesehen hat, weiß, wie es eigentlich noch richtig aussah, und jetzt sieht es einfach so ganz komisch, ja, für mich komisch aus, aber es ist einfach halt neu, aber lernen müssen wir halt weiterhin, aber das lädt so schnell hoch, einen Daumen nach unten, war doch klar. Ah, die Nachbearbeitung. Oh, wir haben schon zwei Abonnenten, drei. Das läuft doch schon mal. Sechs, ja, läuft. Vor allem für einen YouTuber mit am Anfang null Abonnenten, einem Video und schon sechs Abonnenten, das ist einfach nur, wie soll man noch dazu sagen? Wow. 22, äh, 25 Videos, also beziehungsweise 22, wie hier oben steht, aber 25, wie da steht. Deswegen, hier ist links wie die Anzeige ein bisschen verbarkt. Aber direkt mal zweites Video aufnehmen. Okay. Äh. Einfach mal ausprobieren. War klar. Jetzt hat es schon wieder keine. Nichts wie so. Inhalt 4, Video Quartel 6, Nachbearbeitung 0, oh Gott. Oh, aber dafür bin ich jetzt ein Level höher. Heißt, es liegt jetzt mal wieder nicht an der Nachbearbeitung. Das ist gut. Dann kann ich schon mal ins Bett gehen, danach essen und danach nochmal lernen. Oh Gott. Und der nächste kommt da. Wieder die Nachbearbeitung. Vor allem die sagen ja immer, dass die Nachbearbeitung ja schlecht ist, ne? Aber dann sollen sie doch erstmal selber machen. Also selber ein Video machen. Und dann mal gucken wir jetzt, äh, ist. Vor allem, dass ich einfach so mit null Abonnenten anfange. Das ist schon krass. Ich glaub, die haben das bestimmt nichts wie vom, ähm, Schwierigkeitsgrad erhöht bestimmt. Weil, ähm, vorher konnte man direkt so schnell hochgehen. Hier von den, äh, Level her ist es ja auch noch gleich. Deswegen. Keine Ahnung. Von Abonnenten, ahoi. Ich hab ja schon 12 Abonnenten. Ich hab hier das immer noch nicht hier mit. Aber anscheinend ist es ja nicht so wichtig. Aber die Nachbearbeitung ist ja gut. Glaub ich zumindest. Und diesmal brauchen wir 8 Stunden zum Moodladen. Ja, die Interesse ist immer noch niedrig. Aber, oh Gott. Das sind wir mal kurz vorm Level ab. Aber was wir machen könnten ist, einkaufen. Oh, schade, geht grad nicht. Wir fangen mal gleich einkaufen gehen und, äh, neue, ich wollte schon neue PC-Teile oder sagen, ähm, neue, äh, neue Spiele kaufen können. XP, vor allem vom Level her steig ich ja einfach gar nicht. Äh, ja, aufnehmen, bla bla. Junge Mutter. Meine Mutter ist in mein Zimmer. Oh Gott, das sieht mal wieder nicht gut aus. Was hatten so die Top-Bewertungen? Half Lie. Leech of Giants. Das hole ich erst mal. Dann nochmal vielleicht ein bisschen PC-Upgrade. Ich hoffe, die Preise sind immer noch gleich. Ja. Maus. Webcam. Mikro. Ja, gut. Das sieht man noch so. Das ist gleich das Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ich hätte jetzt beinahe auf Band geklickt. Oh, mach die das immer noch, also das ist einfach so scheiße. Vor allem, sie sagt, sie sagt, du hast eine ganze Menge in dieser Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sie sagt einfach mal herzlichen Glückwunsch zu uns. Und das ist einfach diese Logik. Ach der, unser Spiel ist jetzt schon angekommen. dann müsste ja jetzt noch ein paket kommen glaube ich und zwar unsere mikrofon ja nice direkt neues video aufnehmen ja ist eigentlich noch gut oben dabei aber wir können jetzt auch mittlerweile endlich mal stereo aufnahme machen was eigentlich sehr gut ist aber was mich jetzt wirklich ärgert ist dass man hier einfach vom level her nicht mehr so schnell steigen kann also ich will ich bin müde wir haben wieviel Uhr ich schau mal kurz auf die Uhr halb elf erst also wir haben jetzt erstmal halb elf ist eigentlich noch gar nix aber ich bin trotzdem müde deswegen das video auch wieder geben also man kann hier drauf klicken das sieht schon mal geil aus aber anscheinend bringt kann man damit noch nix anstellen soll also noch mal ein kleines entschuldigung dafür dass ihr immer meine maus deswegen ja ich wollte gerade irgendwas noch machen oh gott unser level steigt unser level steigt und wir haben ein das gleich schlechte nachbearbeitung ok aber wie ich ja schon gerade eben gesagt habe von der interesse ist er sogar gerade gestiegen danach müsste ich mal schlafen gehen das war keine ahnung wie lange ich jetzt schon aufnehmen müsste ich mal gleich gucken so jetzt rennt er natürlich klick 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 hochladen 15 minuten dann leg ich mich jetzt noch wenn jemand essen dann warte schon wieder für die zweite folge von der steigt einfach hier immer höher und immer höher das ist doch einfach schön zu sehen wir haben jetzt gleich schon die tausend aufrufe darauf es wird bestimmt das meistgesehenste wer ist es online ich hatte ja ihr wisst ja dass ich schon mal das spiel selber so alleine mal gezockt habe ne und dieser typ er lädt mich dann irgendwie ein auf die convention da doch nicht gut der will anscheinend dass ich wieder für den mache und ich bin level zwei nice okay das haben sie neu eingeführt anscheinend wir machen gut cash da kommt schon das spiel was wir für den machen sollen erst mal kurz gucken wie beliebt das ist und ist eigentlich ja noch gut eigentlich habe ich jetzt gerade überhaupt keine lust das spiel zu beenden und einfach keine ahnung ne dreiviertel stunde das spiel einfach nur aufzunehmen aber ne ne wenn dann soll es auch wirklich so richtig sein also heute die aufnahmen ging jetzt schon lang genug und deswegen würde ich mich schon danken fürs zuschauen würde ich freuen wenn wenn du er ihr wie auch immer in den nächsten videos dabei bis zeit wie auch immer dann würde mich das mega freuen bis sonst dann wie gesagt im nächsten video und dann würde ich sagen aus rein ciao